er tut es auch der hier ist schon genutzt au ja er kommt auf dich warum tut er das weil er dich kennt, er weiß, dass du schlecht bist im Ausweichen ups alles gut zwei, drei Wellen damit habe ich nicht gerechnet das tut man nie, das ist alles so böse oh nice komm schon au mit der habe ich nicht gerechnet ups wir sollten möglichst nicht gleichzeitig sterben er kommt zu mir äh nein, er schießt erstmal au äh nein, das war zu weit weg er kommt zu mir ok ich glaube er visiert mich an ich bin mir nicht so sicher ich bin tot doch komm, schieß, wenn er auf mich kommt äh zu spät au ich bin tot ich auch gleich nein du hast nicht zu sterben ich tot bin das, ganz in der Nähe ganz in der Nähe, ganz in der Nähe der w�� w�� ja sind die ABCs wei w�� würzer wörter lambe leute ich vegetarisch und glüten ich Ich habe Nektar bezahlt. Okay. Well, you know the Queen? Sie hat all the Nektar. So, wenn Sie uns helfen, Sie können so viel Nektar wie Sie wollen. Ich kann? Ja, Sie können es alles haben. Oh, das ist so schön. Was? Was sind wir warten? Komm her! Ja. Oha. Zählen und schießen. Ja, ich kann ihn steuern. Äh, was? Aber was? Achso. Weil ich kann nichts aus... Äh, was? Auch nicht! Ah, hier muss ich drauf schießen. Öp, zack. Nice. Er ist fast tot. Ja. Oh, scheiße. Das war dein Fehler. Feuer, Feuer, Feuer. Du konzentrierst dich auf schießen, ich konzentrier mich aufs... Nicht drauf gehen. Ja. Oh, scheiße. Das war dein Fehler. Ach, scheiße. Keine Sorge. Ich hab sehr viele Mobile-Spiele gespielt. Ich kann das. Ich fang schon mal an zu schießen. Oh. Oh, ein Schuss. Ich konnte nicht springen. Ja, gut. Ich konnte nicht in der fucking Zwischensequenz nicht springen. Nein. Von vorne? Nee. Das sieht nicht nach von vorne aus. Spring! Nein. Ich spring schon. Keine Sorge, wir werden keine fucking Zwischensequenz haben. Dann geht das sogar. Und hüpf. Nice. Jetzt haben sie nicht geredet, jetzt konnte ich auch springen. Auf die Fässer kann ich nicht. Du kannst nicht schießen, das solltest du mittlerweile wissen. Ja. Verdammt. Er ist da. Ich glaube, ich kann fliegen. Und der Pointer ist. Oh nein. Ach du Schander. Motorfehlfunktion. Das gefällt ihm nicht. Er ist tot. Oh, eine Bosskampf-Plattform. Das ist ein Schander. Oh, eine Greta-Vespe. Ja, du bist ein Robot. Los, ich bin der Supreme-Warsk-Queen. Sie ist der Supreme-Warsk-Queen. Sie ist der Supreme-Warsk-Queen. Genau, attack. Okay. Wespenkönigin anschießen. Äh, okay. Ich bin der Supreme-Warsk-Queen. Ich bleib mal hier, oder was? Ich schieße erst mal hinten drauf. Ah, okay. Sie hat Schwachpunkte, die müssen wir... Das ist die Mission. Hinten drauf schießen. Ah, sehr schön, sie hat schon einen Treffer. Verstehe. Die wird kein Wesen, sondern ein bisschen lästig. Schieß auf meinen Saft. Ich versuche es. Und hier vorne. Schieß weiter drauf. Ich bin am Rücken. Am Rücken sind die Schwachstellen, du musst auf den Rücken schießen. Die Brust bringt nicht viel. Auf der Brust noch. Nee, das ist jetzt schlecht. Wenn beide drauf sind. Ja, sie hat mich erst mal anvisiert. Glaube ich. Hör auf zu grinden, wenn nicht grinden. Bleib einfach vorne und weich aus, dann kann ich auch hinten. Wir müssen jetzt mal absprechen. Ich sag zum fünften Mal, lass das mir im Grin, sie hat dich invisiert. Dann kann ich nämlich den Rücken auch anschließen. Äh, ja, scheiße. Hinten ist schon lustig, dass du nicht zuhörst. Drück in der MF, ich höre schon zu. Aber, weil zu nah dran ist. Der Drang, Respekt zu zollen, ist einfach zu stark. Ja, genau. Man will immer F drücken. Oha. Sie fällt auseinander. F quasi oben. Äh, ja. Ja, ich kann, ich krieg sie oben. Ich bin tot. Ich bin tot. Bleib am Leben. Ich bleib am Leben. Besafte sie. Der Saft klebt. Na komm. Nice. Zweite Phase. Lol, was? Ich glaub, der Zweite Weltkrieg ist ausgekriegt. Sie schießen Bomben. Nein. Nein, hoffentlich haben sie nicht die Atombomben. Nein, nein. Ich bin tot. Ich hab nicht schnell genug gedrückt. Verdammt. Nun. Nochmal von vorne, also. Ah, nee. Nicht ganz. Nicht ganz. Autsch. Du hast da folgt's. Ja, ich weiß. Ich brauche noch ein paar mehr. Was war das gerade? Das war ich. Nein, was gerade bei mir passiert ist. Jetzt ist sie scheinbar auf mich aus. Die ist immer auf dich aus. Ich bin der, der erstmal zusaften muss. Ich hab nur ein Schutzschild, was weg muss. Eben war sie auf dich. Auf die Brust. Ich kann teilweise nicht zielen. Entweder meine Maus ist kaputt oder die EA-Server sind heute ein bisschen langsam. Das ist vermutlich letzteres. Ja, vermutlich letzteres. Oh, scheiße. Was war denn das? Na, komm. Ich bin tot. Überlebe. Ja, ja. Ich lebe noch. Mir geht's gut. Ich spritz sie vorne. Nice. Jetzt kommen die Bomber. Die Erstweig. Jetzt ab. Diesmal bin ich vorbereitet. Ich werde sterben. Ich bin tot. Ups. Vielleicht sollst du den Erstweig mal beschießen. Ne, kann ich nicht. Also nur ausweichen. Ich kann nur springen und ausweichen. Okay. Jetzt kann ich wieder beschießen. Attackier den Attackierer. Und zack. Sehr gut. Auf der Brust hat sie was. Ich komme nach hinten. Ja, schieß auf die dicken, gelben Brückenpicke. Oh, sehr schön. Was ist mit mir grad passiert. Oh, Schere. Scherenangriff. Scheren. Sie haben die Scheren. Sie wollen uns schneiden. Oh nein. Sie wollen das Video in dieser schnellen Stelle cutten. Das wäre lustig, wenn da jetzt das Video enden würde. Das macht wirklich. Das wäre super. Mal gucken. Oh, das wirklich. Einfach so. Taktisches Sterben. Nicht gleichzeitig sterben. Oh, weiter geht's. Und schieß. Und schieß. Oh, der Rücken ist ab. Oh nein, ich bin tot. Ich bin doch voll auf die Front. Sehr gut. Ach, Schande. Jetzt müssen wir auf den Schienen. Die Kette. Ich glaube, die Kette ist jetzt hier ein Schwachteil. Ja, ich weiß. Oh nein. Du musst F drücken, um wieder auf die Sack zu kommen. Oh, und schrüpfen. Ich bin nicht multitaskingfähig. Danke. Ups. Und hops. Oh nein. Und hops. Oh, scheiße. Ich bemühe mich. Auf der Sähe. Auf die Kette spritzen. Auf die Kette zielen. Nice. Noch haben wir es nicht ganz. Bloß nicht sterben. Oh. Und hopp. Und hopp. Du musst auf die Kette sterben. Die ist fast zerbrochen. Ja, ich weiß. Ich habe hier ein riesiges Schild aus lebenden Bienen im Weg. Sorry. Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Kann gar nicht zielen. Ja, ich auch nicht. Cool. Ich glaube, die Server sind halt wirklich langsam. Ich muss mal später gucken, ob meine Maus noch ordentlich geht. Sehr gut. Das wäre schlecht. Hilft dir ein bisschen. Hops. Mal komm auf die Biene. Versuch mal ein bisschen auf die Kette zu schießen. Ich kann kaum zielen. Versuch dir das Schild irgendwie ein bisschen zu befreien. Ah ja, sehr schön. Auf die Kette. Ich weiß, ich bin nicht wieder bei der Kette. Schieße auf alles, was Honig oder Saft ist. Das ist gut. Dann kommt die Kette. Nice. Fast tot. Noch ein bisschen was auf der Kette. Oh, ich glaube wirklich, mein Rechtsklick ist kaputt. Fuck. Das könnte sein. Das könnte schon reichen hier. Ich habe einen kleinen Saftklick auf der Kette. Nein, noch nicht. Schwert und Schilds. Nein, Rechtsklick geht noch wie er soll. Du musst noch ein bisschen was auf die Kette haben, was. Hier ist noch ein kleines bisschen. Oh Gott. Oh, man, das ist ein Riesenhonig-Fleck. Ah, auf der Kette ist was. Nice. Nein. Na komm, Ziel. Nice. Jawohl. So. Jawohl. So und nicht anders. Gut gemacht. Gigi. Eine kleine Hummel. Das war quatsch sie. Äh, ja. Oh, die Arme. Ich meine, die hat uns gerade hingegriffen. Die hat gerade versucht, uns umzubringen. Trotzdem, die Arme. Erinnere dich an den Elefanten. Mit der hast du Mitleid. Oh, zack. Nice shot. Wow. Also, jetzt haben wir die Biene gerettet, die uns die ganze Zeit versucht hat zu töten. Auch gut. Wir haben Prioritäten. Wie man sieht. Und den Käfer, der uns nur helfen wollte, den haben wir... Die Killed. Ja, ist halt so in diesem Spiel. Das ist gut, denn sie hat ja nichts mehr zum Leben. Ach so. Ich heiße, ich hab die Waffe. Sieht so aus. Sieht so aus. Die Elfanten. Hey, wir haben keine Biene mehr. Ich hab uns verbekämpft. Lass die Hummel doch einfach sterben. Ja, genau. Die hat gerade versucht, uns umzubringen, weil wir es mehrfach geschafft haben. Wir haben sich gerettet. Oh nein. Oh nein. Ich weiß, dass das bei anderen sehr lange gedauert hat. Ähm, also brauchen wir noch zwei Stunden für. Rechne mal mit drei Uhr morgens. Ja. Oder die anderen waren einfach nur schlecht. Und du weißt, welche zwei ich meine. Halt sie runter. Geh, geh, geh. Ja. Ja. Hat er nicht dafür eine ganze Folge gebraucht? Schießen. Das ist nicht doch super steuern. Ja, ich muss nur schießen. Ach, boosten. Das war das Problem. Ich erinnere mich. Was war das Problem? Busten. Busten. ich bin auch mein bestes schnell mit sich durch mein bestes und tot wir brauchen hier noch ein paar stunden nicht nur uns anstrengen doch das war scheiße knapp ich glaube das war das hast du turbo und der wass glaub ich zwei stunden gedauert hat ja nicht nur schießen ich musste turbo zünden damit war ich habe turbo gezündet Die Hitbox ist für mich nicht scheiße. Ich kann zielen. Nein, warum sollst du zielen können? Und lang. Ich weiß. Und durch den Feuerring. Und durch da. Mittig. Ich krieg mein Bestes. Nice. Erste Hulte geschafft. Die erste. Das ist das nächste. Oh nein. Turbo. Das schaffst du nicht. Oh, wir haben es geschafft. Dritter Versuch. Nice. Angreifer. Ich muss schießen. Keep it steady, Cody. Keep it steady. Ich versuche es. Geh straight. Okay. Ich weiche aus. Mehr oder weniger. Beide Fliege weg. Vorne was. Du hast mich abstraktet. Geh sie runter. Oh. Ich möchte noch mal festhalten, dass wir gerade in einem Unterhosenflugzeug fällen. Ja. Durch einen Baum fliegen. Beide Fliege nach uns. Behind us. Wie lange es nicht am Morgen us ist. Ziemlich sass hier. Die Flieger sauen sich geil. Die sind super. Ach, scheiße. Was? Um durch, um durch, um durch, um durch. Um durch, yay. Hit uns, hit uns, hit uns, hit uns, hit uns, hit uns. Ich booste. So, hier. Nice. Behind us. Äh, nö. Nicht behind us. Was? Dann sind die schon im Mongas. Oh Gott. Durch hier. Heute ist wirklich ein schlimmer Tag für Witze. Oder? Äh, ja. Es wird die nächsten Mal aber nicht besser. Nein. Oh, ins Licht. Flieg ins Licht. Ja. Wie sind wir hier hochgekommen? Sind wir nicht die ganze Zeit da unten? Es ging ja recht schnell. Ja. Zwei Stunden exakt. Ich kann nicht warte, um dich zu füllen. Oh nein. Ja. Ich muss, ich muss kämpfen. Ich muss fliegen. Loll. Halt gerade. Klar, wenn wir noch kusten. Glaube ich. Okay, sieht nicht gut aus. Was ist im Leben die Street Fighter 2 gespielt? Eine der 100.000 Personen. Nein. Ich bin gleich tot. Ich bin so gut wie tot. Oh oh. Es wird knapp. Gute Arbeit. Sehr, sehr knapp. K.O. Das war sehr knapp. Hast du das gesehen? Das war... Ich hatte nur noch 1 HP oder so. Ich habe versucht. Ja. Ich habe mich verloren. Ich bin hier. Wir fliegen mit der Unterhose. Oh oh. Das war knapp. Wir gleiten mit der Unterhose. Genau genommen. Danke. Ich darf immer noch steuern. Oha. Ich auch. Ich hänge hier unten. Wir müssen beide steuern. Ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Gerade. Hier. Oh das hat ein bisschen geruckelt. Rüber. Zu mir. Wieder gerade. Rüber. ja verdammt gibt nur bremsstreifen zu mir wir gehen nicht wir gehen die sterben trotzdem das ist sehr peinlich das ist generell sehr peinlich wir fliegen mit einer herzchen unterhose und wir fliegen dort gegen die band mit deiner herzchen unterhose ich mir möglicherweise vorhin tatsächlich das amazon in den bahnkopf gelegt exakt muss ich noch mal nachdrücken eine weiße mit roten ja das sowieso ja wenn schon dann richtig ich habe auch schon sehr lange eine patrick star badehose im bahnkopf will keiner wissen so ist lustige kleidung rein da so 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 so